Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Ein-Luuuuh-Zwischendurch. I think you're freaky and I like you a lot, I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. I think you're freaky and I like you a lot. 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 Hier gibt es mein Gesicht zum Aufdrücken und Abonnieren, hier gibt es meinen letzten Loop und da ist ein, was ist das eigentlich, das ist der zweite Teil von diesem Loop. Das wollte ich eigentlich erst in ein Video packen und da dachte ich so, nee, da muss man immer so lange vorspulen und so oder sich da hinklicken oder so. Nein, das machen wir lieber handlich in zwei hübsche kleine Videos und da ist was Leckeres drin. Also guckt da hinein, bitte, jetzt, sonst müsst ihr, äh, pff, Her Tutorial deabonnieren.